Mr. Champions League Zerlet Los Terletos Dankeschön Herzlich Willkommen Vielen Dank Danke Guten Abend meine Damen und Herren Schön, dass Sie sich wieder für uns Zeit nehmen konnten Hier im Goethe-Sender Früher bekannt als Kuschelsender Und demnächst vielleicht Frauensender Nummer 2 Wer weiß in diesen Tagen Auch heute, ich darf Sie heute auf eine absolute Sensation Schon aufmerksam machen Helmut Zerletz war für uns in Imola Am vergangenen Wochenende beim Triumphalen Sieg von Michael Schumacher Und hat für Sie bisher noch nie gesehene Aufnahmen mitgebracht Wirklich, eine besondere Ausgabe der Reihe Helmut on Tour heute hier bei uns Und dann natürlich zwei Top-Gäste Und wie könnte es anders sein Alles, wirklich der allerneueste Stand zum Thema Champions League Dank Rupert Murdoch des australischen Gentlemen Demnächst bei TM3 Die Presse heute hat sich bei uns überschlagen Oder? Haben Sie die Schlagzeile gelesen? TV-Hai Überfällt Deutschland TV-Hai Der hat keine Flosse hinten drauf, der hat einen Fernseher Überfällt Deutschland Und wir haben eigentlich die Schlagzeile in der Boulevardpresse vermisst Das Känguru macht den Beutel auf 200 Millionen Champions League Ich sag das mal für Sie, liebe Fans von Borussia Mönchengladbach Champions League Das ist das, wozu Ihnen ungefähr 32 Siege und 164 Tore fehlen Bald wieder TM3 der Frauensender wird also ab der kommenden Saison die Champions League übertragen Und das Schöne ist ja, wenn Frauen entscheiden, was beim Fußball passiert Dann steht der Gewinner der nächsten Champions League schon fest Und das ist, Achtung, Ajax Ich wusste, das wird Sie begeistern Aber Ich kann noch nachlegen Meine Damen und Herren Was zeigt TM3 bisher? Richtig Schöne alte Folgen Schöne alte Wiederholungen von Der Preis ist heiß Mit Harry Weinfurt Und ich glaube, wenn Harry Weinfurt in Zukunft mit seinem Kollegen Walter Freiwald Die Champions League kommentiert Dann heißt es, was glaubst du? Wie geht das Spiel aus? Walter, aber nicht überbieten Das frage ich jetzt mal ganz speziell Sie, meine Damen Wäre denn, wenn das so weitergeht, dass nicht nur der Fußball weggeht von RTL Sondern vielleicht auch noch andere Sportarten Wäre denn nicht auch die Formel 1 etwas für den Frauensender? Oder, oder, so immer toll im Kreis Auto fahren ohne einparken? Ja, ja, vielen Dank, habe ich gehört Wir haben heute auch Champions League, was die Gäste angeht Mein erster Gast ist eine, wirklich eine großartige Kollegin Jedes Mal ein Highlight, wenn sie bei uns zu Gast ist Sie hat vor wenigen Tagen Jubiläum gefeiert Fünf Jahre lang gibt es ihre Sendung Exklusiv das Star-Magazin Bei uns heute Abend zu Gast, meine Damen und Herren Unsere Kollegin Frauke Ludovic Und dann Ein Mann Auf den ich mich sehr freue Bin ihm noch nie persönlich begegnet Er ist seit vielen, vielen Jahren im Geschäft als Schauspieler, als Autor Und er ist sicher einer der Schauspieler mit dem eindeutigsten Image Und das geht ein bisschen in Richtung Bösewicht, obwohl alles, was dieses Image geprägt hat Schon viele, viele Jahre zurückliegt Bei uns heute Abend zu Gast, Burkhard Dries Wir wollen bei allen sportlichen Sensationen nicht vergessen Wir sind doch auch hier eine Sendung für die Tiere Oder? Für unsere gefiederten Freunde Und was haben wir gehört? Haben Sie schon mal was gehört von Cassovery? Cassovery Sehen Sie, wusste ich, dass ich was Schönes Neues für Sie habe Cassovery ist ein Laufvogel Und stellt sich sowas vor Er ist wegen seiner Neugier Wie? Was? Wo? Hä? Wer? Vom Aussterben bedroht Ein ganz seltenes Tier Der Cassovery aus Neu-Genea Wie kann man sich einen neugierigen Vogel vorstellen? Ein Vogel, der zu neugierig ist Ui Auto Es ist ein Laufvogel Es ist ein Laufvogel Auch was seltenes Ein Laufvogel Das heißt, ein Vogel, der seine Flügel nicht benutzt Ein bisschen sowas wie ein Mann, der katholischer Priester wird Nee, echt? Ey, was? Wirklich? Ja Ein neugieriger Vogel Ein rätselhaftes, neugieriges Tier Das Sie bei uns Nummernschilder merkt Heißt bei uns wie? Ja, Rentner Immer diese Stumme, diese Geste Da haben Sie geschrammt Heißt diese Geste, Stumme Dann für alle Freunde, die gerne an eine Tankstelle fahren Nicht nur um zu tanken, sondern um dort den Wocheneinkauf zu machen Shell Der sympathische Tankstellenbetreiber Shell Sie wissen es Shell, der Freund aller Kunden Der Freund aller Meere Der Freund aller Autos Shell Bietet in Zukunft 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9, 10 12 12 verschiedene Fertiggerichte an In seinen Tankstellen Shops Und man fängt an damit in Großbritannien In diese Fertiggerichte kommt Habe ich mir sagen lassen Alles das, was einmal im Jahr Bei den Bohrinseln von den Füßen abgekratzt wird Frutti Frutti di mare Frutti di mare Ist das nicht auch ein bisschen riskant? Fertiggerichte an der Tankstelle So Essen an den Tankstellen kann doch wirklich auch Nebenwirken haben, oder? Denken Sie mal an die DEA-Familie Kann sie beruhigen? Es gibt auch noch ungefährliche Meldungen Und es ist eine Meldung, die schön ist, denn sie ist interessant für uns, für die Hausfrauen Wir feiern in diesen Tagen das Jubiläum 90 Jahre elektrisches Bügeleisen Das ist doch mal was Schönes Ungefähr so lange werden wir auch schon gequält Mit dem Witz Ja, hallo, cool 90 Jahre elektrisches Bügeleisen Dazu heute glaube ich ein Themenabend auf TM3 So lange bis der Fußball kommt Ja, ha, ha Wird einfach noch live gebügelt 90 Jahre Und kurz danach hörte man zum ersten Mal an der Autobahnauffahrt den Satz Sag mal Schatz, hab ich das ausgemacht? Sie können diese Neurose bekämpfen, indem Sie einfach sagen Das Bügeleisen ist aus Der Herd ist aus Das Licht ist aus Die Mikrowelle ist aus Bevor Sie das Haus verlassen Sie kommen dann zwar nicht in Urlaub Ja, aber Sie können sicher sein Alles aus Für mich war es eher eine unangenehme Erfindung Denn ich weiß nicht, ob Sie das kennen Wenn junge Menschen Teens In Jeanshosen, wie wir auf dem Land sagen mussten In Jeanshosen mit Bügelfalte losgeschickt werden In ganz harten Fällen war das dann auch so Wenn es geregnet hat Ja, und man hatte nasse Jeans Weil man mit dem Rad in die Schule gefahren ist Dann klopfte bei den Strebern nach der dritten Stunde die Mutter und sagte Walter, ich hab neue mitgebracht Ganz schlimm Und fragen Sie mich nicht, was aus Walter geworden ist Diese Geste kennen Sie Sie heißt, ich hab es oft gesagt Wir waren ja früher arm zu Hause Bettelarm Ja, Bettelarm Wir hatten kein Bügeleisen Bei uns war es so Bei uns wurde Nachts hieß es Kommt mal raus Dann mussten meine 14 Geschwister und ich raus Die nassen Klamotten aus dem Wäschetrog anziehen Und dann mussten wir auf dem Ofen schlafen nachts Hat aber nicht geschadet Damals in der schweren Zeit Die klassische Methode Um das Bügeleisen zu prüfen Das wissen Sie, ob es schön heiß ist Es ist, entweder kurz drauf, wenn es zischt Oder mehrmals so hintereinander drauf tippen So prüft man ja auch Salz oder Pfeffer oder Zucker Und so prüft man auch, ob Opa noch lebt Ich hatte das Thema Homosexuelle ja heute Abend schon kurz tankiert Und Sie nennen sich Walter Und heute haben wir eine Meldung gehört Die hat uns richtig Spaß gemacht Und zwar Umfrageergebnis beweist Homosexuelle oder wie wir hier sagen Schwule Telefonieren mehr Der Gründer der ersten schwul-lesbischen Telefongesellschaft Pride Telekom Wo, wenn nicht hier in Köln Meine Damen und Herren In Köln Sagt Das ist der Erfolg unseres Unternehmens Pride Telekom Denn unsere schwulen Mitbürgerinnen und Mitbürger Telefonieren einfach häufiger Die meiste Zeit geht ihr bei Homosexuellen dafür drauf Dass sie ganz vorsichtig tippen Damit die Fingernägel nicht abbrechen Ja Und es kostet schon mal vier Einheiten Wenn man am Anfang nicht sagt Hallo Sondern Hallöchen Das ist schon ein halbes Ferngespräch Hallo Ich bin mir übrigens gar nicht sicher Ob Schwule wirklich mehr telefonieren Ich glaube sie müssen nur alles fünfmal wiederholen Weil man es so schlecht versteht Durch die Ledermaske Und jetzt Achtung Achtung Folgenden Scherz sollten Sie sich merken Wenn Sie entweder nach unserer Show noch in die Kneipe gehen Oder morgen an Ihrem Arbeitsplatz Wie heißt das Telefon für Schwule Telefon Hätte ich jetzt gedacht würde Stärke reinhauen Aber Nein, 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 nein Das habe ich oft und oft an dieser Stelle erklärt Wenn Sie den Eindruck haben Das war ja gar nichts Das war ja erbärmlich Das war ja armselig Dann zeigen Sie das einfach durch Applausverweigerung Ja, wir sind die Show, die sowas nicht nur zulässt, sondern fördert Demokratisch lachen Vorbeischlagen Mit den Helden Alles, alles okay Randschmeißen können Sie sich woanders Zum Beispiel in den Sendungen Nein So, jetzt folgendes, meine Damen und Herren Helmut Helmut Zerlert Deckname IM-Bandleader Bei uns War am Wochenende beim großen Preis von San Marino in Imola Und er ist oft und oft on Tour Aber was er diesmal an Material mitgebracht hat Für mich sensationell Und es ist wirklich kaum zu glauben Aber es ist hundertprozentig wahr Helmut Zerlert Beim großen Preis von San Marino Ich war mal wieder eingeladen Die großartige Zigarettenfirma West Wollte unbedingt, dass ich mir das Formel 1 Rennen in Imola ansehe Und hat alles bezahlt Auch den Fahrer, der mich in Bologna vom Flughafen abholt Er sagt, sein Name wäre David Coulthard Mit TH Offenbar ist er in Italien ziemlich bekannt Denn ganz viele Leute wollen ihn fotografieren Und ein Autogramm von ihm haben Von mir will keiner was Obwohl dieser Westmann nur mein Fahrer ist Ich frage ihn sofort, ob er die Harald-Schmidt-Show kennt Das ist Davids Freundin Heidi Ich frage sie, ob wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet sind An einer Ampel will endlich jemand ein Autogramm von mir haben Nee, doch nicht Als ich mich noch ein bisschen mit David unterhalten will Stellt er das Radio lauter Und als wir uns schließlich dem Autodrom nähern Fallen mir mehrere verschiedene Dinge auf Schöne Frauen, ja Die ist ja geil Ey Baby Die sind ja knackig, ja Am Eingang zur Rennstrecke von Imola Sehe ich das berühmte Ferrari-Denkmal David erklärt mir, dass es aus all den Ferraris gebaut wurde Die Schumi bisher zu Schrott gefahren hat Später sehe ich dann in der Boxengasse auch den Schumi Er schwitzt ziemlich stark und hat vergessen, sich zu rasieren Das Autorennen habe ich dann auch gesehen So ein Rennen ist schneller vorbei, als man gucken kann Ich habe aber genau aufgepasst, wie es ausgegangen ist Die beiden haben gewonnen Ja auch Dann beginnt endlich das, weswegen ich nach Imola gekommen bin Es gibt was zu essen Das sieht ja super lecker aus Auch ansonsten ist die Firma West wirklich nett Es gibt Wein bis zum Abwinken So viele Westzigaretten, wie ich einstecken kann Westfeuerzeuge Westhemden Westmädels Und Warsteiner Bier Ich lasse mich sofort volllaufen Danach bin ich so besoffen, dass ich glaube Ich würde in einem West-Merclaren-Mercedes-Rennauto sitzen Obwohl es nur ein Stuhl ist Als ich auf meiner tollen neuen West-Uhr sehe, dass es schon halb drei ist Hat die Firma West noch eine tolle Überraschung für mich Mika Heckinen Der Formel-1-Weltmeister lässt sich erst mit mir fotografieren Und dann setzt er sich in sein Auto und macht mir zuliebe mit seinem Motor Die Anfangsmusik der Harald-Schmidt-Show nach Vielen Dank West-Merclaren-Mercedes Helmut Zerlitz, der da für uns sein Wochenende Wie schon so häufig Geopfert hat Wohl keine Meldung, das Fernsehen und den Fußball betreffend Hat in der letzten Zeit so eingeschlagen wie die Meldung Rupert Murdoch aus Australien Kauft für 200 Millionen Mark die Champions League Und gibt sie seinem Sender, der ihm zu 66% gehört TM3 bekannt als Frauensender Da war es klar für uns Rupert Murdoch Der Gentleman from the Land Down Under Ist unser Liebling des Monats Mai Meine Damen und Herren Von Ihnen gewählt Ich war auch ganz in meiner Nähe Man liest ja wahnsinnig viel Was er vielleicht noch bald alles kaufen wird Und man diesem Geschäft unglaublich Man moderiert noch und sagt Tschüss bis morgen Und weiß noch gar nicht Schon jetzt mal bei TM3 Das geht so wahnsinnig schnell Ich habe schon gesagt Die Presse bei uns war heute Nicht mehr einzukriegen Was die Schlagzeilen angeht Es gibt so viele Gerüchte Wer ist eigentlich dieser Rupert Murdoch Ist er wirklich so reich Oder ist er etwa noch viel reicher Und vor allen Dingen Was wird sich noch alles in Deutschland ändern Wenn Rupert Murdoch hier jeden Tag Neue überraschende Dinge kauft Viele haben schon Angst Ändert sich etwa auch das Wetter Aber sehen Sie selbst Der Tag der Abrechnung ist da Das Armageddon Lange Zeit dachten wir die Fratze des Bösen zu kennen Doch Peter Hane ist nur ein Knecht Und so schrecklich sein Scheitel auch sein mag Peter Hane ist nicht der Satan Nein, der Antichrist kommt aus Australien Rupert Murdoch Der Tasmanische Zoffel Er will unsere Flüsse vergiften Er will unsere Frauen schinden Aber zuerst klaut er uns den Fußball Er ist eine Kreatur der Hölle Doch wir wollen sachlich bleiben Murdoch ist zunächst einmal ein ganz normaler Geschäftsmann Mit 265 Zeitungen, 12 Fernsehsendern Und 16 Milliarden D-Mark Privatvermögen Damit liegt er noch weit hinter Harald Schmidt zurück Der über 90 Milliarden D-Mark auf der hohen Kante hat Ein eckleckliches Sümmchen Aber während Schmidt alles für Weiber und Drogen ausgibt Investiert Murdoch alles in Weiber und Fernsehsender Schon immer war Rupert auffällig geschäftstüchtig Mit 10 Jahren kaufte sich der kleine Rupert Seine erste eigene Familie Samt neuwertiger Schwester Er macht eine Lehre zum Medienmogul Und besteht mit Auszeichnungen Sein Berufswunsch, die Welt beherrschen Die Eltern sind dagegen Rupert kaufte sich klug eine Pistole Und erschoss das überraschte Paar im Wohnzimmer Der Weg war frei Seitdem lässt der Dickkopf von Down Under Nichts unversucht alles zu kaufen, was nach Sender aussieht Privat lebt Murdoch ein eher beschauliches Leben Morgens ein Glas frisches Aborigine Blut Und dann geht's auf zum Känguruschießen Hier lässt der kauzige Medienschrat So richtig die Seele baumeln Doch trotz seiner sympathischen Seiten Murdoch ist eine Bedrohung für unsere gesunde deutsche Fernsehlandschaft Und die Angst wächst Jetzt hier in diesem Fall Rupert Jetzt hier in diesem Fall eigentlich im Wesentlichen auf Publizität zu setzen Dazu hab ich ein paar Bilder mitgebracht Rupert Murdoch Kommt 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 Hallo bis es soweit Dann werden wir einen der größten Fußballexperten überhaupt und einem Mann Der natürlich auch betroffen ist von diesem Wechsel der Champions League von RTL zu TM3 Franz Beckenbauer in Kitzbühle befragen Exklusiv wird er uns heute Abend Rede und vielleicht auch Antwort stehen Und bis es soweit ist Haben wir für Sie prominente Stimmen eingefangen Denn Sie wissen ja gerade viele Fußballprofis waren überrascht und sagen Champions League Geld Wieso? Gibt's dafür Geld? Das war neu für viele Auch zum Beispiel für ihn hier Ein Mann von dem wir hoffen, dass er noch lange, lange an der Spitze des DFB steht Ergidius, the President Braun Er sagte zum Thema Champions League bei TM3 TM3, ist das ein neues Medikament? Ganz anders, ganz anders Ganz anders die Reaktion von Andi Müller Fußball beim Frauensender Seine Antwort Für uns Frauen eine super Sache Lothar Matthäus Chef des FC Bayern und der Fußballnationalmannschaft Zum Thema TM3 Für TM3 dreht ein Lothar Matthäus keinen Ball mehr Thomas Icke Hessler Kommentar Ich war sehr überrascht gewesen Und auch dieser Mann hier ist ja Chef eines gigantischen Senders für Frauen gleichermaßen wie für Männer Und bei ihm ist die deutsche Nationalmannschaft zu Hause Professor Dieter Stolte, Intendant des ZDF Er war überrascht über die Summe, die bezahlt wurde Sein Kommentar 200 Millionen? Wahnsinn! Davon kann das ZDF ja dreimal wetten, das machen So, jetzt ist es so weit Wir schalten nach Kitzbühel Dort ist jetzt Franz Beckenbauer für uns zugeschaltet Guten Abend, hallo Kitzbühel, hallo Franz Beckenbauer Ja, guten Tag, Herr Schmidt Herr Beckenbauer, Sie haben es heute natürlich gelesen Und Sie wissen es schon seit längerem Ganz Deutschland fragt sich jetzt Was wird Franz Beckenbauer tun? Ja gut, morgen früh werde ich als allererstes einkaufen gehen Wir brauchen dringend Toilettenpapier Es ist uns ausgegangen Ja, Herr Beckenbauer, ich meine Was werden Sie in Zukunft tun Nachdem die Champions League ja nicht mehr bei RTL zu sehen sein wird Sondern bei TM3 Sie werden das ja dann nicht mehr kommentieren Ja gut, Toilettenpapier werde ich natürlich auch in Zukunft brauchen Aber am liebsten wäre mir freilich Man hätte immer ein paar Rollen Dreilagiges Scheißauspapier Herr Beckenbauer, reden wir nicht drum herum Für Ihre Kollegen bei RTL Ist doch der Verlust der Champions League eine Katastrophe Ja gut, der Günther Jauch Ich bin nicht böse, dass ich diesen ratzfrechen Hans Wurst endlich los bin Und der Marcel Reif, mein Gott, der Marcel Reif Immer wenn ich den Reif gehört habe Dann hat er ja daher kommentiert Als wäre es eine Schülermannschaft Interessant, Herr Beckenbauer Sie sind ja viel herumgekommen Kennen Sie eigentlich Rupert Murdoch? Ja gut, der Rupert Das ist sicherlich ein interessanter Mann Wir haben ihn ja im April einmal beobachten lassen Er ist ein Brechertyp Ein bisserl so wie der Carsten Janker Herr Beckenbauer Rupert Murdoch Der berühmte Medienmogul Vielleicht könnte er Ihnen ein paar Tipps für den FC Bayern geben Haben Sie schon mal überlegt, ihn einfach anzurufen? Ja gut, wer heute mobil telefonieren will Der hat viel zu rechnen Hartstarif, Parktarif, Machttarif Ganz toll, Herr Beckenbauer Und die Grundgebühr ist auch schon drin Ja Herr Beckenbauer, vielleicht mal ein anderes Thema Fußball demnächst im Frauensender Was halten Sie davon? Frauen, ja gut Ich meine, die Sharon Stone ist eine Frau Die Demi Moore ist eine Frau Die Inge Meisel ist auch eine Frau Das heißt ja noch lange nicht, dass sie auch mit dem Ball umgehen können Könnten Sie sich vorstellen, für TM3 zu arbeiten? Arbeiten, ja gut Arbeiten muss ich mit Sicherheit längst nicht mehr Ich habe so viel Geld daheim, dass ich schon gar kein Toilettenpapier mehr brauche Arbeiten sollen die Frauen aber ein bisschen dumm rumreden Dafür bin ich immer zu haben Vielen Dank, Franz Beckenbauer Alles Gute und viel Glück Auch ohne RTL Meine erste Gastreibe, meine Damen und Herren Hat nicht nur gerade wieder einen langjährigen Vertrag mit RTL abgeschlossen Sie hat auch vor wenigen Tagen Jubiläum gefeiert Fünf Jahre gibt es jetzt bei RTL ihre Sendung exklusiv das Star-Magazin Herzlich Willkommen, Frauke Ludowig Ich bin ein bisschen erkältet Vorsicht Besser als wenn du Herpes hättest Ja Dann hätte ich das nicht gemacht Hast du Nein Wie bitte? Was hättest du, wenn ich Herpes hätte? Ich habe sogar besser als wenn du Herpes hättest Dann hätte ich dich doch nicht geküsst Nee, ich muss nur warnen Weil irgendwo, du weißt, diese Klimaanlagen Mal ist es heiß, mal ist es kalt Aber du siehst glänzend aus Danke Es geht dir, es musste doch eigentlich hervorragend gehen, oder? Geht es mir auch, danke Herzlichen Glückwunsch, fünf Jahre Weißt du, wie viele Sendungen das sind? Wie viele Sendungen, ich glaube es sind 1350 oder so Oder 250 Und du hast ja den überwiegenden Teil davon moderiert, ne? Schon Ja Wie wird man bei RTL beglückwünscht und gefeiert, wenn eine Sendung fünf Jahre Das ist ja wirklich auch gerade in der heutigen Fernsehlandschaft schon enorm Welche Sendung gibt es schon fünf Jahre, ne? Ja, also bei RTL gibt es explosiv, noch zwei Jahre länger Ja Sieben Jahren Ja Und, naja, Nachrichtensendung RTL aktuell und sowas Ja Das ist auch schon einige Zeit Und wir haben das in einem ganz großen Fest gefeiert Ein Frühlingsfest, ich bin immer hier bei dir, wenn wir gerade ein Fest gehabt haben bei RTL Ja, das ist doch toll Möchtest du wieder die interne Erfahrungen, glaube ich Ich weiß Wer war alles da mit wem? Also allein sind erstmal alle gekommen und nach Hause gegangen Du kennst das Wirklich? Nein Haben sie Paare gefunden? Nein, überhaupt nicht Das passiert bei RTL nicht Nee, ich weiß nicht Das habe ich dir nach der Weihnachtsfeier schon erzählt Ja, aber da habe ich sie nicht geglaubt Ja, ich weiß Nee, aber das war, es war relativ seriös Wenn Exklusiv feiert, dann geht das relativ seriös dazu Richtig Ihr seid ja auch ein Star-Magazin Unbedingt Und das hat ja dann doch eher die ernsten Seiten unseres Daseins zum Thema Ja, war sehr kulturell angelegt, dieses Fest Es gab Bratwürste und Steaks Aha Geht man da auch jetzt weg vom Shampoos und vom Lachs? Shampoos gab es auch, Lachs aber diesmal nicht Ja Hat man dir was geschenkt? Ja, ich habe so ein Riesenbild bekommen mit mir drauf War ganz erstaunt Das hängt jetzt im Flur Wie gemalt? Nee, das ist irgendwie so auf Leinwand War mein Bild auf Leinwand gepresst mit all diesen Menschen, die ich in meinem Leben interviewt habe daneben Ist ganz hübsch Du fehlst Ja, aber Aber du stehst auf meinem Schreibtisch in diesem kleinen Herzrahmen Insofern ist der Ausgleich da Das ist jetzt genau so gelogen wie die Tatsache, dass die Leute alleine nach Hause gehen Nein, das stimmt Wirklich? Ja, das stimmt Was war dein Lieblingsinterview in diesen fünf Jahren? Ich glaube, du warst das Weißt du, als wir immer die Plätze getauscht haben, als ich da bei dir saß? Das war toll Der Sessel war noch ein bisschen warm Das war ganz heimelig für mich Das klingt jetzt aber sehr, als ob du so einen Erbonkel im Altersheim besucht hast Ja Das Sessel war noch ein bisschen warm Da war dieser Fleck, wo mir der Kopf ist Ja Also das ist wahnsinnig charmant von dir, dass du das sagst Aber es kann natürlich, weil ich war ja nur ein kleines Licht Ich habe den Zusammenschnitt gesehen, wer alles dabei war Ich habe zwei Lieblingsgeschichten Lothar Matthäus Lothar Matthäus ist die Hast du gesehen, dass wir in unserer Fünfjahres-Sendung nochmal deinen Lieblingssatz eingebaut haben Deinen Wegen Die Schuhe müssen so im Gürtel passen Die Schuhe müssen so im Gürtel passen Ja, schneller Die Schuhe müssen so im Gürtel passen Die Schuhe müssen so im Gürtel passen Das war die absolute Nummer eins Und die zweite Sache war Arnold Schwarzenegger Ja Ich finde das gut, dass du genau hinhörst bei diesen Interviews Ja, es ist ja wirklich nicht einfach an diese Leute ranzukommen Und es ist auch nicht einfach, wie du es ja machst, du machst ja richtig 60 Minuten sind das Ja, also nicht so irgendwo 10 Minuten im Hotel wie die anderen Und dann 10 Minuten im Hotel Stichwort, wie war das mit Kevin Costner Dann müssen wir das jetzt wiederthemen Ja, ich will jedes Mal ein Stück näher an die Wahrheit kommen Ja, du willst die Geschichte immer wieder hören Ich glaube, die macht dich auch ein bisschen heiß, oder? Ja Ja, klar Aber deinetwegen, nicht wegen Kevin Costner Nee, schon klar Harald, du, ich habe an dich gedacht und dann ging das ab Ja, da war natürlich nichts Ist doch klar Man ist doch Profi Ja, natürlich, natürlich Jetzt, man hat ja den Eindruck bei RTL wird ja überwiegend gefeiert Ja Die Feier Das liegt daran, dass du mich immer einlädst, wenn wir gerade eine Feier hatten Da wird gar nicht so viel gefeiert Weihnachtsfeier, Frühjahrsfest Das wäre jetzt das Frühjahrfest Nächstes Mal komme ich wieder an eine Weihnachtsfeier Ja, hatte ich auch das Vergnügen dabei sein zu dürfen Das war euer Stimmt Ja, sollte man sagen ehemaliger Chef Ja, ist er ja nicht mehr Ehemaliger Chef Dr. Thomas Professor Dr. Thomas Wurde 60 und am Montag war ein großes Fest Ja Und wir haben uns nur so hinter Gummibäumen zugewunken Ja Mit wem saßt du am Tisch? Du hattest immer den Mund voll Ich hatte immer den Mund voll? Und heute habe ich in der Zeitung gelesen und du hättest die ganze Zeit geredet Du hättest die anderen immer zugetextet Und deine Freundin, deine Frau hätte überhaupt nicht reden dürfen Stimmt das? Das ist überhaupt nicht wahr Stimmt das? Und das sah aus, als hätte ich dauernd geregt Aber du sollst dir zwischendurch nicht mal die Frikadellen in den Mund schieben Ich habe keine Frikadellen gegessen Ne, gab's ja auch nicht Das Essen war ja schon sehr gut Ja Neben wem saßt du am Tisch? Bei wem saßt du am Tisch? Weiß ich gar nicht mehr Neben wem saßt du am Tisch? Neben Kollegen Neben einem Kollegen von der Gala Und neben meinem Kollegen Andreas Diek Ja Ja Das war so meine Kollege von der Gala Das heißt du empfindest die Presse als Kollegen Ja schon, du nicht? Nein, ich bin ja kein Journalist Ich bin ja kein Journalist Achso, für mich sind das Kollegen Für dich sind das Kollegen Ja Wurde da auch getratscht an diesem Tisch? Natürlich Worüber? Über mich? Nein Haben wir den gleich in die Bild-Zeitung weitergegeben Nein, nein, nein Ich habe mich so beobachtet Und es war ja interessant, wer sitzt mit wem Ja Ja Gab's ein bisschen Neuigkeiten? An dem Abend? An diesem Tisch Nee, irgendwie nicht wirklich Das war irgendwie so ganz nett Also ich meine, man musste halt immer gucken Wer sitzt noch am anderen Tisch Und ist dann da immer rumgelaufen Und hat geschaut, wer noch wo sitzt Na ja, man muss ja immer ganz viele Hände schütteln Du kennst das auch Du bist das sowas von cool Wirklich, wie du das so abtropfen willst Okay Dabei hast du natürlich mega Neuigkeiten erfahren Aber du lässt dir nichts anmerken Themawechsel Wie ist die Stimmung, nachdem der Fußball weg ist bei euch? Du, ich persönlich habe so ein bisschen Angst Dass jetzt meine Lieblingssendung Der Reis ist heiß gestrichen wird bei TM3 Aber das ist meine einzige Sorge Ja Aber ich hoffe nicht Ich guck das immer so gern Gab's denn schon Kollegen, die das Fenster aufgemacht haben Und gesagt haben, tschüss Und da hört man Klatschen auf dem Parkplatz Ich hab heute Hab ein paar komische Dräuche heute gehört Aber ich weiß nicht, ob es die Kollegen waren Ne, ich glaub nicht Also das ist nicht so sendermäßig Hat der Intendant mal durchgerufen Über die Hausanlage Ne Ihr habt's vielleicht gehört Der Fußball ist weg Aber wir machen weiter Viel Spaß heute Ne, so war das nicht Das gibt's nicht Der Mörder versucht ja immer noch exklusiv zu kaufen Aber 200 Millionen ist zu wenig Ist das wirklich wahr? Ja klar Ich bin so froh, dass wir mit Z1 da keine Angst haben brauchen Dass uns einer wegkauft Weil Das wär ja ein Schnäppchen, oder? Mit Fußball haben wir nichts zu tun Wir haben nur die Bundesliga Und äh Ja, und ansonsten ist ja eigentlich alles Show und so Also ist ja uninteressant Ja War im Hör Hast du da Angst? Plötzlich einen anderen Arbeitgeber zu haben? Ne, eigentlich nicht Meinst du, muss ich haben? Nein, aber ich meine Es könnte ja sein, dass es irgendwie heißt Also, wem gehört eigentlich RTL Bertelsmann? Mhm Ja, und das heißt jetzt, was weiß ich Ihr gehört jetzt einem österreichischen Autofabrikanten Oder Oder Kann alles passieren Nein, ach, ich hab da keine Angst Also ich meine, wir laufen ja ganz erfolgreich Diese 5 Jahre haben das ja auch gezeigt Ja, das ist an der Statement Ihr lauft sehr erfolgreich Ja, schon Ja, wie lange willst du es noch machen? Pfff, also im Moment macht mir das noch so Spaß Ich kann ganz schwer so weit in die Zukunft planen Also wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest Was ist in 5 Jahren? Dann würde ich erstmal sagen, dann mach ich das noch Aber ich weiß es nicht Vielleicht mach ich das noch Im Moment macht das noch Spaß Ja, ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Jeden Tag eine Sendung Ich hätte Angst, dass man sich da verheizt Ja, gut Ich meine, du fängst natürlich erst abends an Bei dir geht das ja noch Ja Ich komm ja schon immer morgens um 9 Das ist natürlich ein Unterschied Ja Ne, ach das Ich meine, jeden Tag ist ja schon irgendwie was anderes Und insofern Ja, es ist wirklich abwechslungsreich Macht schon immer noch Spaß Machst du auch mal Urlaub? Ich war gerade im Urlaub Ich bin gerade zurückgekommen vor einer Woche Ja Ich war auf den Philippinen Das war glaube ich die längste Reise, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe Wie ist es da auf den Philippinen? Ich war noch nie da Ja, also bei mir war es ganz lustig Ich habe meine Freundin besucht Meine längste und älteste Freundin lebt da Ja Und die lebt da ganz ganz toll Also Ausländer auf den Philippinen leben in der Regel ganz schön da Aber so ist es natürlich dritte Welt Also in Manila selber ist es nicht ganz ungefährlich Und da muss man ein bisschen aufpassen Aber wir waren vier Tage lang auf einer einsamen Insel War ich auch noch nie Und da habe ich deine Freunde besucht, die Seekühe Ich habe nämlich getaucht Du hast getaucht? Ja Wieso? Das kopieren meine Freunde, die Seekühe? Ja, die sahen ja ein bisschen ähnlich Frauke Was hast du denn am Montag getrunken? Du Montag eben gerade Ne, das ist der einzige Fleckchen auf dem es Dugongs gibt Bitte? Kanntest du nicht, ne? Ich kenne nur den Sigong Ja, Dugongs Was ist denn Dugongs? Und die gibt es nur da in Palawan Auf den Philippinen War ganz spannend Ja, aber sagen wir mal die meisten Deutschen fliegen doch heute Philippinen nicht wegen Seekühen Oder? Bist du Charter runter geflogen? Ne Ne Waren deutsche Männer mit dem Flugzeug? Ja Wie verhalten die sich? Gut, denen läuft ja schon ein bisschen der Sabber runter und danach wird es abgewischt und steigen die aus Ist das wirklich so schlimm? Ja Ja Ich bin auch noch über Bangkok geflogen, kannst dir ja vorstellen was da los war Aha Ja Aber das war okay, ich bin dann ausgestiegen, meine Freundin hat mich in Empfang genommen Und dann sind wir gleich weiter geflogen auf diese Insel Ja, und wie lange warst du da? Vier Tage Insgesamt nur acht Tage Bitte? Ja, länger kriege ich keinen Urlaub bei RTL Das ist nicht wahr Doch Aber du kannst doch im Sommer länger Urlaub machen oder lassen die dich nicht länger als acht Tage weg? Ja, aber ich wollte ja jetzt nur mein Frühjahr zu meiner Freundin und da hatte ich eben nur diese acht Tage Aber ich kann mal sehen, alle diese jungen, modernen Frauen, die sozusagen von einer Fernsehkarriere träumen, ja, es ist auch ein richtig harter Job Ja, bei uns ist es jetzt ja auch so, dass wir diese Sonntagssendung noch machen, die ist ja noch relativ frisch, läuft ja erst seit letztem Jahr August Und da möchte ich natürlich dann auch ganz gerne moderieren, hab dann Sonntags moderiert, bin Dienstags geflogen und den Sonntag darauf dann schon wieder moderiert Also Urlaub ist eher knapp, aber es macht nichts, war schon okay Wie verbringst du jetzt so ein, ist der Abend heute frei für dich dann, nachdem du hier bei uns fertig bist? Ich dachte, wir waren verabredet Ja gut, das heißt ja frei abends Okay, dann ist er frei Wo waren wir noch mal verabredet? Ich hab's vergessen Draußen meiner Kabine Gabine, Garderobe Ah, Garderobe Ja, Kabine ist TM3 Ach so Das war alles, was ich dich offiziell fragen konnte Alles weiter Inoffiziell später Inoffiziell später Vielen Dank, dass du heute bei uns so hereingeschwebt bist Gerne Ich komme ja immer gerne, ich glaube das letzte Mal war ich ja erst vor drei Monaten hier, kann das sein? Das weiß ich nicht, aber du könntest auch täglich kommen Ja, okay Bis morgen Das wäre dann aber eine andere Show Alles Gute, ich will dich gar nicht anfangen Hörst du das Publikum? Ich habe gesagt, du könntest täglich kommen Und das ist sozusagen ein mentaler Bangkok-Flug Verstehst du? Haaa 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 Ich glaube nicht, oder? Ich berühre dich nur aus der Ferne Weil Je suis en rhumé Wie wir in Frankreich sagen Okay Alles Gute Danke Viel Erfolg weiterhin Toi, toi, toi Toi, toi, toi Frauke Ludovic, meine Damen und Herren Täglich exklusiv das Star-Magazin Mein nächster Gast ist Drehbuchautor, Schauspieler und er ist der Mann mit dem wahrscheinlich härtesten Image in der deutschen Fernsehbranche Herzlich willkommen Burkhard Dries Hallo, willkommen, hallo Was, was, was ist das, was ist das? Ja, das sollten wir eigentlich nicht ansprechen Als einer deiner Redakteurin mich ansprach, welche Themen Ja Hab ich gesagt, vielleicht mein verletztes Knie Hat er gesagt, oh, nicht Kosovo Kosovo? Hat er gesagt, naja, aber ich würde auf jeden Fall in den elektrischen Rollstuhl kommen und am Ende der Show einen mittellosen Krüppel den dann vermachen Hat er gesagt Tabu Harte Einstieg Hab ich gesagt, naja, vielleicht wäre es mit meiner libidinösen Beziehung zu der Freundin meiner Mutter Ja Ich bin da 39 geboren, als ich 4 war, die ich so sehr liebte Das hab ich gesagt Bis ich nach Auschwitz kam Ja Und hat er gesagt, äh Was haben wir noch? Ich sag, ja, vielleicht Bundesliga Ja Ja, sagt er Ich sag, ich hab mal von Günther Netzer dieses wundervolle Auto gekauft Hat er gesagt, ja, ein bisschen lange her, wie wärs mit Sex? Ich sag, ja Okay, Harry, let's talk about Sex Sex, ich wollte ja erst nach 2 Minuten drauf kommen, aber Das war ja jetzt ein, ein, sozusagen ein Einstieg nach dem Motto mit dem Erdbeben anfangen und dann langsam steigern Langsam milder werden Was ist das mit dem Image? Ist das, ist da noch was dran? Also das Image ist der harte, böse Volkatrice, der knallharte Typ, der alles nagelt, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt Ja und Sex und Eisenfrist Und Eisenfrist, ja Ist das, war das jemals richtig? Ist das noch richtig? Oder ist das jetzt Vergangenheit und man lebt ruhig in Dublin? Es war nie richtig, es ist jetzt richtig Ich hole nach Wirklich wahr? Ein so intensives Sexleben? Nein, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ja, war es richtig Ja, dann war das ab einem gewissen Punkt vorbei oder? Ja, es war so, ich hab einfach Frauen sehr geliebt Ja Aber ich war auch immer sehr zärtlich Zu Frauen? Zu Frauen Sie stehen vorne auf diese Mischung aus, wie soll man sagen, auf der einen Seite animalisch und auf der anderen Seite dann aber Danke, wenn Sie Kaffee holen Also ich glaube, was Sie angezogen hat, war Ihre Vision und Ihre Erwartung und dann dieser kontrastreiche schroffe Bruch Ja? Wenn der zärtliche Burki Der zärtliche Burki Der zärtliche Burki Vorsicht, wenn man das bei Seite 1 hört, das wird eine Daily Soap Der zärtliche Burki Ja Immer zum Einstieg, Knack und dann der zärtliche Burki Man glaubt eigentlich nicht, wenn man alles über den zärtlichen Burki gelesen hat, dass jemand wie Sie Cluburlaub macht, ist das richtig? Ja genau, im Club Robinson Ja, ich hab zwei Kinder Ja Und Wie alt sind die? Die sind jetzt 9 und 11 Ja Haben Sie Cluburlaub? Ja, die habe ich ein Vierteljahr im Jahr Ja Nämlich dann, wenn die Ferien haben Ja Und die habe ich dann alleine und dann muss ich natürlich sehen, ob ich Umstände finde, die das irgendwie mütterlich möglich machen Und da habe ich den Robinson, den Club Robinson gefunden Ich fahr mal nach Mexiko in den Club Aha Ja Ja, aber ich meine, das sind doch deutsche Touristen, da erkennt man sie doch Wie kann man sich das vorstellen? Sie stehen da muckibepackt an der Tischtennisplatte oder beim Frühstück? Ich bin ja mit den zwei Kindern Ja, aber trotzdem Ich wirke ja absolut milde Ja Ja Ich gehe ja mit den Kindern und spreche, ich sage, essen wir heute ein kleines Eichchen Ich finde, das klingt schon irgendwie beängstigend, wenn Sie sagen, wir essen heute ein kleines Eichchen Das ist ja nicht irgendwie so Es gibt andere Leute, die sagen, ich mach dich Platz Da klingt das witzig Aber wenn Sie sagen, wir essen heute ein kleines Eichchen Dann hat er schon irgendwie so Ja, muss ich sagen, das ist übrigens nur in Deutschland so Stimmt aber Ja Also ich habe festgestellt, das ist jetzt kein Joke Ich habe festgestellt, dass die Rezeption meiner Person oder Figur in Deutschland ein vollkommen anderes ist Und ein sehr schroffer Unterschied zum Beispiel zu Italien Ja Italienische Männer, die am gleichen fließende Energie zu mir, die mögen mich und sagen, hey, Carlo Mio und die Amerikaner Das ist auch völlig anders, da bin ich einfach a white person in Malibu oder wo Ja Aber in Deutschland, da sehen die dann so aus, wenn ich auftrete, wie die Murdochs bei Ihnen Ja, wobei das ja auch nur ein Image ist Wobei ich finde, dass die irgendwie dann ziemlich hart und eisern aussehen Aber in der Zeitung steht dann, der Eisenmann kam ins Flugzeug Aber ich meine, es war schon so, es hängt auch nicht mit den Medien zusammen Es war schon so als Student, das stimmt Ja Wenn ich ins Lokal gekommen bin oder in Kiel erinnere ich mich als Student Dann habe ich eine Weile da gestanden, dann fing das an zu knirschen Ich sagte, das war unnagelig hier, das ist seltsam Und dann fixierte sich das darauf Ja Das hilft natürlich dann, wenn man in eine Richtung denkt Ja Dann habe ich mal irgendwie so eine amerikanische Untersuchung gelesen über Opfer, über Victims Also wer durch Brooklyn geht und nicht überfallen werden will Oder durch Harlem, der sollte irgendeinen freien, fröhlichen Harald-Schmidt-Gang haben Aber nicht irgendwie so gehen und immer um die Ecken gucken Naja, aber ich glaube zum Beispiel bei mir Ich kenne das früher, als ich noch so im Bierzelten fröhliche Atmosphäre genoss Oder in eine Kneipe reinkam Irgendwie löst es bei mir aus Streber und so Also ich ziehe schon eher so aggressive Typen an So die wirklich bösen Burkis Ja Die dann irgendwie sich durch mich allein durch die Erscheinung provoziert fühlen Naja, das kann sein Vielleicht wirkst du überheblich und intellektuell Ja, ist das ein Grund, einen gleich in die Presse zu haben? In Deutschland Wahrscheinlich Jetzt leben Sie in Dublin? Mhm Leben Sie wirklich da oder so wie viele bei uns behaupten Sie leben in Monaco und in Wirklichkeit bei Mutti um die Ecke? Ich lebe wirklich in Dublin, Malerheit Ja? Da schreiben Sie hauptsächlich? Ja, ich fall immer hin, wenn ich schreibe, weil es da niemand gibt, der mich stört, unterbricht, ablenkt Aber der Hauptgrund ist eigentlich der, dass wenn ich in Deutschland bin, dass es wie so eine alte, so eine alte Familiengeschichte ist Also wenn ich einkaufen gehe in Eppendorf und jemand wirft Papier weg, dann sage ich ja, die Deutschen tun immer Oder jemand grüßt nicht, dann sage ich, die grüßen nie Ja Und das nervt mich kolossal, diese inneren Dialoge und Monologe, die ja nun schon in meinem hohen Alter sich wiederholen Zum so und so vielsten Mal, dass ich dann gerne im Ausland bin, wenn ich nicht so gut entertaint werde, wie hier heute Abend durch Harald Wenn ich dann sehr alleine bin, dann laufen diese inneren Stimmen Und wenn ich in Dublin bin und wenn die Dosen wegwerfen oder neulich beispielsweise, bin ich geradelt und dann fuhr mich einer an Als ich im hohen Bogen da über die Straße geflogen bin und dann löst sich das anders auf Ich sage, na ich kenne den Mann nicht, ich kann irgendwie auch keine psychologischen Spekulationen anstellen Und wahrscheinlich ist das sehr nett, das ist dann irgendwie weitergefahren wie bei meiner linken Hand Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht ist das hier nicht angebracht, dass ich in Dublin hinterherlaufe Löst sich das sehr nett auf Klingt irgendwie auch, ja, ein bisschen europäisch Also in Dublin, derselbe Sachverhalt wirkt völlig anders, als hier in Deutschland Weil natürlich hier so eine latente Aggression wahrscheinlich auch kein bisschen Wir wollen jetzt mal einen Eirusschnitt zeigen aus dem Film mit dem wirklich schönen Titel Call Boys Jede Lust hat ihren Preis Spielen Sie da einen Call Boy? Nein, ich spiele einen, amerikanisch würde man sagen, Polizeipsychologen, aber die Deutschen, einen Profiler Mhm, verstehe ich Der durch psychologische Schlussfolgerungen den Mörder entdeckt Was hier nun den Film eigentlich interessant macht, ist die Tatsache, dass ich der Mörder bin Aber das Drehbuch ist so geschrieben, dass es sehr schwer zu entdecken ist Und ich bin neugierig und gespannt Ja, vielleicht erst am Schluss, nein, weil sonst hätten die jetzt die Spannung verwahrt Ja, also ich hab schon, die haben so ein Testscreening gemacht Ja Und das waren glaube ich nur vier Prozent, die entdeckt haben Ne, im Sinne von hudanit, die entdeckt haben, dass ich der Killer war Hm, wollen wir sehen, ob wir da mehr entdecken Ausschnitt, bitte Komm, er schickt mich Äh, ich bin ja neuer Partner Wieso, unsere Socke ist komplett Das ist sie nicht, ich bin, äh, Polizeipsychologen Das Spezialgebiet von Herrn Busch ist es, sich aufgrund vorhandener Indizien Immer tiefer in die Psyche des Täters hinein zu versetzen Um quasi so zu erahnen, was er als nächstes vorhat Na, noch eine umbringen Vermutlich Aber jetzt will er auch, dass wir ihm einen Schritt näher kommen Wieso? Die Handtasche Hat wirklich Spaß gemacht, bleiben sitzen, wir sind am Ende Burka Dries, meine Damen und Herren, Dankeschön, bis morgen, gute Nacht Bis zum nächsten Mal